Ich war auf MrBeast's vergessenen Minecraft-Server. Darauf aufmerksam wurde ich durch ein Video von FitNamC. Vor zwei Jahren hat MrBeast ein Video hochgeladen, wo er mit 10.000 Leuten ein Server crashen wollte. Doch nach dem Video hat er den Server nie geschlossen. Doch wie sieht der Server zwei Jahre danach aus? Komplett ohne Regeln und komplett in Survival. Kurz nach dem Join habe ich schon gesehen, dass alles ziemlich kaputt war. Es waren einige Leute drauf, doch keine Menschenseele in Sicht. Also machte ich mich in den Nether. Und auch da komplette Zerstörung. Ich habe ein, zwei Verstecke von Spielern gefunden, aber auch die waren schon lange verlassen. Bis ich mich auf diesen riesigen Cobblestone-Kasten machte und die erste Nachricht von einem Spieler gefunden habe. Und diese Nachricht war... Miau? Und auf vielen anderen Schildern waren irgendwie die Ziffern von Pi ausgeschrieben, warum auch immer. Und irgendjemand namens AlmanCraft7096 hat sich hier verewigt. Also habe ich das einzig Logische gemacht und abonniert TooBat auf ein Schild geschrieben. Natürlich auch auf Englisch. Also was meint ihr, sollte ich den Server weiterkunden?